wir machen weiter leute jetzt kommen meine lieblings kisten bei denen habe ich bisher immer glück ab 25 stück jetzt abip asimov zweimal schon gezogen gehabt ja ak redline auch mit statrick gezogen gehabt und auch so das wäre die dritte awp gewesen das wäre die dritte awp gewesen scheiße ich gebe nicht auf leute ich gebe nicht auf ich gebe nicht auf ja im chat alle knapp an der awp vorbei ist das lustig schenkelklopfe wer verarscht mich wer habe ich gesagt du sollst mich verarschen wer verarscht mich ehrlich ich finde ich fühle mich gemobbt ich fühle mich gemobbt gabe ist der gp in meinem chat ist er gibt in meinem chat irgendein steam mitarbeiter ich schwöre euch irgendein steam mitarbeiter schaut mir zu und lacht über mich er lacht einfach über mich er lacht über mich noch eine ich will die dritte awp asimo fahren fürs giveaway ich bin am lachen ich bin auch am lachen innerlich ich bin innerlich am weinen ja ich bin am weinen wisse wollt ihr mal sehen wie meine ich zeig euch mal wie meine croissants aussehen ja ich hab mir croissants geholt ja so sehen meine croissants aus so die sollten mal so dick sein so sehen die aus asimo gabe hat mich an den eiern ich bin am arsch junge ich bin am arsch wenn wenigstens die asimov da wäre ja wenigstens die asimov ja dann dann wäre ich glücklich dann dann wäre wenigstens aber ein messer es kann noch ein messer kommen man darf niemals die hoffnung aufgeben nein ich habe dein ernst wirklich ein paar kisten haben wir noch leute ein paar kisten machen wir noch klar geht aufs gelände eindeutig usb wächter habt ihr das gesehen der bildschirm hat gewackelt dann ist es weiter gedutscht schau gebt und sag mir schau gebt in die augen und sag mir gib messer oder tot junge gebt es so vorbei macht sich kauft von dem geld hier für die kisten kauft er sich paar mädels junge 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 und handy alter geh weg mein handy was will ich mit dem iphone ich will eine awp haben gib mir bitte gute qualität bitte alter das ist die beschissenste qualität aber die ist trotzdem 40 euro wert einsatz habt du 50 euro ungefähr aber immer noch ist immer noch ist immer noch kein asimov da war die asimov da war die asimov da war die trigon und da ist die usb wächter auch ist ganz ok ist ganz ok eine waffe bisher statrick ak ist viel wert die ist 40,50 ich schätze so 48 euro um genau zu sein statrick farmers wäre auch naja wäre nicht so viel wert 5,6 wir müssen die strength halten ja die hat auch viel lila die hat auch viel lila die hat auch viel lila aber nicht genug hier ist zu beschissen der zustand zu beschissen ach Leute ey nein man ich will einmal ich überlege schon ich habe hier ein salz streue ja pass auf ich hasse salz ne ich habe mir jetzt salz drauf gepackt ja hätte ich nur ein tequila aber das war eine gute kiste waren nur lila socken fast drin daja ruski jetzt habe ich das salz in der nase boah das ist ekelhaft wenn ihr salz in der nase habt alter viele kisten haben wir nicht mehr abp asimov abp asimov leute gebt mir die asimov ich will eine asimov als giveaway machen dann haben wir für die tage eine asimov als giveaway wäre schon die zweite sieben kisten haben wir noch das salz schnupfen hier junge gehe ich mal ernähren und da haben wir da haben wir die max7 ich habe nur drauf gewartet wir sind jetzt insgesamt bei 380 kisten wir haben noch kein messer gezogen ja wir haben aber noch zehn kisten dann sind wir bei den 390 nein quatsch wir sind schon bei mehr wir sind schon bei mehr wir sind bei 384 einmal ich wünsche mich noch einmal ein mäster leute einmal oder eine asimov aber mehr ein mäster als ein asimov einmal einmal mal will keiner haben will keiner haben will keiner haben will keiner haben neger will keiner haben was soll ich damit mein inventar zu müllen wer hat dir überhaupt die skins gemalt wer macht denn aus der community solche skins holt mir mal den typen her ich gebe dem skin mal ich male dem penis ins gesicht ich tatouier dem das ey wir waren so knapp an der asimov vorbei yes flower in the power ist da flower in the flow ist da leute ach wir haben sogar noch mehr wir haben sogar noch mehr wir haben sogar noch mehr kisten sehe ich da grad wir haben viel mehr schlüssel die sind noch weiter hinten also wir können noch locker sieben sandstürme ziehen sieben locker aber die ist auch da fehlt nicht mehr viel da fehlt nicht mehr viel da fehlt nicht mehr viel jetzt komm bitte 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 da ist der dein ernst ist das klopft dreimal auf folge drei mal das hilft kopf dreimal aufs holz das hilft splash 1337 ich kopf dich schon drüben wenn ich dich auf der straße sehen ich überfahre dich mit dem rollstuhl mit meinem kaufswagen fini ist jetzt auch da und blackbomb ist da leute jetzt sind alle da jetzt sind alle da jetzt sind alle da wir schummeln uns kommen einmal seltener gegenstand einmal im leben ich möchte dich doch nur einmal im leben haben zieh die hose aus wer sagten dass ich eine hose anhab missy wer sagt denn dass ich eine hose anhab bendergaming bendergaming also ich bestimmt schon unter der bettdecke verktochen ich weiß nicht was ich dadurch sagen soll drei kisten noch leute wir haben noch die chance wir haben ist es dein ernst will er mich verarschen da war das messer ich schwörs euch leute da war das messer drin gelb novell ich liebe dich da war ich schwörs euch da war das messer drin das schon das zweite mal dass das passiert dass das passiert dass das passiert dass das zweite mal dass das passiert dass das zweite mal dass das neger gelände ich gebe dir neger gelände ich stecke ich dir in den arsch und zwar quer zwei kisten noch was ist das das sind wahrscheinlich sind wahrscheinlich zu viele felder die er überspringen muss weil jetzt überall so messer 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 kommt und er muss dann so weiter teleportieren unfassbar letzte kiste leute die musik passt zu meiner stimmung ich könnte sterben schaut es euch an was wir bekommen haben 50 kisten zählt man das hier nicht mit und zählt man das hier nicht mit dann war da nix bei holy moly holy moly holy moly er oben erschienen leute 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 wird soll ich nur machen was soll ich nur machen bin ich so schlecht bin ich so schlecht ins s dass der gelb mir das nicht können bin ich so schlecht ins s dass mir das keine gönnt dass mir geht das nicht gönnt gay passt nicht so sehr gay passt nicht so sehr gay passt nicht so sehr schaut es euch an bison 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 caum bison 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 binde auf. Da muss ich erstmal gucken. Die hier wird extrem viel noch wert sein. Bei der bin ich mir nicht sicher. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 390 Kisten. Null Messer. Null. Naja, Leute. Hat Spaß gemacht. Ich lächle innerlich.